Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Freitag, den 12. Oktober. Ja, ich übernehme heute für den Martin, der ist nämlich unterwegs. Und ja, beginnen tun wir mit der Übersicht. Was haben wir heute dabei? Wir haben Pokémon Go, Facebook, Instagram, Fortnite und App Stores. Beginnen tun wir mit Pokémon Go. Da ist eine neue APK für Android auseinandergenommen worden, wie die Jungs das ja immer machen. Sprich, in den Programmcode reingucken, was in dem Update alles so passiert und sich ankündigt. Und wie erwartet sind dort auch jetzt die Pokémon der vierten Generation enthalten. Das ist die Sino-Region. Dann wird es jetzt Pokémon Go den AR-Plus-Modus auch auf Android geben. Zwar nicht auf jedem Android-Gerät, aber auf zumindest den Android-Geräten, die diesen, wie heißt der denn, AR-Core von Google unterstützen. Genau. Ja, und dann gibt es noch ein paar andere Updates, die so nett sind, die man nicht unbedingt braucht. Doch, wie gesagt, ich vermute, die vierte Generation Pokémon wird die meisten Spieler noch am allermeisten jetzt hierbei interessieren. Der AR-Plus-Modus ist ganz nett, mal zum Angucken. Aber normale Spieler schalten den, glaube ich, relativ schnell auch wieder ab. Nächstes Thema, Facebook. Die haben jetzt ein neues Feature ausgerollt, was sie auch schon im Mai auf der F8 gezeigt haben, und zwar 3D-Fotos. Ja, das sind keine richtigen 3D-Fotos, das sind einfach normale Fotos, die mit ein bisschen künstlicher Intelligenz Tiefe simulieren. Sprich, wenn man scrollt, dann bewegt sich der Hintergrund, also wie so ein Parallax-Scrolling, ein bisschen anders, und er simuliert entsprechend ein bisschen Tiefe, Dreidimensionalität. Ich hatte es auch witzigerweise gerade schon in der Vorbereitung bei einem Bekannten im Feed gesehen, der es direkt ausprobiert hatte, und ja, könnt ihr ja auch mal machen, wenn ihr Lust habt. Bleiben wir gleich im Hause Facebook, denn Instagram gehört ja zu Facebook, die testen mal wieder. Die testen ja immer sehr viel und sehr gerne, und die testen jetzt im Entdecken-Bereich die Funktionen zu tippen, anstelle zu scrollen. Was bedeutet das? Normalerweise scrollt man ja zum nächsten Bild, und so tippt man einfach auf das Bild, und es wechselt das nächste Bild, zu dem man sonst so runterscrollen würde. Das, ja, ist angeblich wohl sehr populär, weil Leute nach einer Weile keine Lust haben mehr zu scrollen, und gleichzeitig sorgt es auch dafür, dass die Medien, sprich Bilder und Videos, immer natürlich perfekt angezeigt werden, und man nicht beim Scrollen genauso scrollen muss, dass das Bild oder das Video gerade genau reinpasst. Ja, finde ich erstmal eine gute Funktion, muss man sich wahrscheinlich, wenn es kommt, auch dran gewöhnen, aber warten wir erstmal ab, bis es dann kommt. Ja, wo man jetzt nicht mehr warten muss, das ist für Fortnite, das Spiel, ich glaube halt, ich würde mal jetzt einfach mal sagen, das populärste Spiel, was es derzeit in der Welt gibt, das ist ja auch auf Android im Sommer angekommen, erst als Samsung Exclusive im Rahmen des Launches des Note 9, und danach kam es auch für andere Geräte, allerdings nicht im Play Store, sondern man musste es sich von der Seite laden, denn Epic, der Hersteller, wollte entsprechend eben nicht ingeben, Verkäufe, also die Anteile des Geldes, die Google dann abgreift, die wollte Epic halt vermeiden und alles Geld für sich haben und deswegen eben kein Play Store. Jo, aber installieren sollte eigentlich für die meisten kein Problem sein, aber es gab eine Hürde bislang, denn man musste sich auf der Webseite von Epic anmelden und auf einen Invite-Code warten, und das ist jetzt nicht mehr nötig. Ab sofort kann man es installieren und sich anmelden und direkt loslegen und mitspielen. Also, wenn ihr darauf gewartet habt, jetzt könnt ihr es machen. Ja, mittlerweile gibt es auch schon 15 Millionen Installationen auf Android, also auch hier wahrscheinlich das populärste Spiel, wo es gibt. Ja, und wenn wir jetzt gerade schon gesagt haben, dass Fortnite nicht im Play Store ist, gucken wir mal, was sonst so mit den Play- und bzw. App-Stores ist, denn es gibt eine neue Statistik, und wir hier beim Geek Talk mögen ja eine gute Statistik, und zwar zu den App-Stores und zu den Verkäufen da. Und die Schlagzeile ist, der Apple App Store verdient 93% mehr als der Google Play Store. Klingt jetzt erstmal total viel, ist aber halt Prozentrechnung, ne? Im Endeffekt, also es ist immer noch knapp, fast das Doppelte, also der Apple App Store hat im dritten Quartal 2018 von den 18,2 Milliarden, die die Stores generiert haben in Mobile App umsetzen, hat der Apple Store 12 Milliarden gemacht und der Google Play Store 6,2. So, Differenz sind halt dann eben die 93%. Klingt immer ein bisschen reißerischer, als wenn man sagt, okay, Apple App Store macht doppelt so viel Umsatz wie der Play Store, was auch vernünftig klingt, gefühlt, das haben wir, glaube ich, schon öfters mal so gehört. Das ist allerdings der größte Gap zwischen den beiden Stores, seit die angefangen haben, das zu tracken. Und das war im Jahre 2014, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, und das meiste kommt natürlich von Spielen. Also Games sind immer noch die größte Umsatzmaschine, die die Apps bringen. Der größte Umsatzbringer außerhalb von Spielen ist, auch keine Überraschung, Netflix. Und danach kommt Tinder. Ja, also eine ganz schöne Statistik, ein paar Charts. Die Links sind natürlich schon zu allem, aber natürlich auch gerade zu dem Artikel, wenn man sich so ein paar Charts angucken will und Top Tens. Und auch noch einen weiterführenden Link zum kompletten Report von Sensor Tower zu den App Stores und Apps in Quartal 3 2018. Ja, und das war es dann auch schon für heute für den Freitag. Ich wünsche euch noch einen guten Freitag und dann natürlich ein großartiges Wochenende. Bleibt positiv und wir hören uns am Montag dann wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.